Hallo und liebe Menschen, ich will heute eine kleine, kleine Präsentatse done von meiner Silver Pasta. Und auf welcher Möner können wir haben die Brücke. Auf der Hand haben wir die neue Stärkisse gemacht. Wir können sehen, dass wir klein bei der 3D-Effekt haben. Marc sieht ein kleines Gampje in diesem Design. Wenn wir einfach Pasta nehmen, dann kriegen wir keinen 3D-Effekt. Pasta ist schön. Ihr könnt schöne Leinen tekenen. Und noch ein Vorteil von Pasta, dass sie klei nicht hat. Pasta geschickt für die beste Design. Und nach zwei Minuten unter der Lampen. Nach zwei Minuten. Sie glimmt mooi, sie plagt nicht. Und es ist klar. Der Klant kann mit einem tollen Design nach Hause gehen. Sonder auflaken. Aber Sie können sehen, dass wir kein 3D-Effekt haben. Oder müssen wir ein paar Mal auf der Lampen tekenen. Einmal getekend unter der Lampen. Danach zwei Mal getekend, um mehr Relief und mehr Volume zu bekommen. Wieder unter der Lampen. Und dann ein paar Mal. Ich hab ein kleiner Trick. Trick. Ich hab ein kleiner Trick. Ich hab ein kleiner Trick. Von Sugarin. Meine Freundin nennen sie meine Sugarin Queen. Bei dieser Design habe ich auch. Das ist ein Trick. Ich hab ihn nennen. Drupal meine Pasta. Dann ist eine kleine Bete. No Name Acryl Puder. Clear. Und gemengt. Dann habe ich gekriegt mehr dickere Pasta. Die nach Out Harding auch. Möi glanzend ist. Anders als streuen wir Puder boven. Dann kriegen wir kein glanzender Effekt. Die Pasta von selbst ist sehr glanzend. Aber als wir streuen Acryl Puder boven. Dann haben wir kein glanzender Effekt. Und was haben wir dann. Ein Trick hier. Ich hab ein Drupal Art Gel Pasta Cornelie. Silver. Das ist jetzt mein Lieblingsprodukt. Das ist mein Kind. Ich hab 12 Kleuren geboren. Ich hab 12 Kleuren geboren. Und ja. Ich hab ein Feinleiner von Cornelie. 5.0. Die lassen wir lange Länge strecken. Eerst bepaal ich maat von meinem Sterretchen. Das neue Sterretchen. Ich teken ein Kreischen. Ich hab ein Gel gemengt mit Acryl. Ich hab ein Gel gemengt. Art Gel Pasta. Das ist ein anderes Produkt. Das ist ein kleines Produkt. Das ist ein kleines Produkt. Ich hab ein Kleines Produkt. Das ist ein kleines Produkt. Und nicht auflacken. Warum? Nein. Ich hab hier in der Studio noch Fragen. Von Alex, die die Direktor von Proffnails ist. Ich kann das auch mit No-Vibe von Neuartiest. Ich kann das auch mit No-Vibe von Neuartiest. Jullie können probieren. Aber ich denke, No-Vibe ist einfacher. Ich war auch mit No-Vibe von Neuartiest. Aber ich benutze es für andere Techniken. Und er ist gewohnt zu tun. Er flügt. Scherper. 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 Ich teken ein gewone Sneeuwster. Ich denke, jeder kann es tekenen. Das ist nicht moeilijk. Es geht nun über mein neues Produkt. Over Pasta. Und auf welke manier kann ich noch diese Pasta benutzen? Ich vertelle von Dachaufer 3-Day-Effekt. Mit Silver Archer Pasta. Und bedankt für Jüli Harchies. Ich zeige so viel Harchies. Verschillen der Kleuren. Das mir so ist braun, keine Lübe. Das ist braun. Das ist wäsprutz. Der ist magische Design-Belle. Es würde еще unser K совершенно zu benutzen? Ja, meine Sachen hast du. noch eine Möglichkeit, wie können die Pasta in den Salon benutzen, als ich nehme eine große Drupelte Pasta, und das ist in der Mitte von meiner Snowstar. Ich kann da setzen Strasse, und meine Strasse bleibt perfekt sitzen. Ich habe Strasse gesetzt in der Mitte von der Snowstar, in der dickere Pasta war, und ich zeiget hat new in the in lamp for 2 minuten, und nach 2 minuten mein Design droh, glanzend, schon, und hofnit, nichts zu tun. Nettles zwei vorige Knuckles. Sort von 3D-Effekt. Ich zeiget die Hand in lamp for 2 minuten, und straks kriege ich soeffekt. Erst habe ich natürlich geprobeert. Tipps. Was ich, was ich, was ich, was ich. Was ist mein Bild? Ich denke, das witte Achtergründ wird nicht so leuken. Ja, so ist besser. Ja, ich zeiget habe hier. Ich zeiget habe hier. Ich zeiget habe hier. Ich zeiget habe hier eine Cornelian Nail Art Pasta. Das ist mein Produkt. Das ist mein Produkt. Und mit dieser Pasta habe ich 3D-Effekt. Ich zeiget habe hier. Ich habe Drupal Pasta. Ich habe Drupal Pasta. Ich habe kleinbeetje Clear Puder getan. Um mooie Konsistenzie zu kriegen und zu tekenen. Ich habe es so gesehen mit Pencil. Das ist precies gut, um die Leinen zu treken. Und danach habe ich strass in the middle von Sneuster gezet. Und dann ist die Pasta ist dick und strass geht fast. So soll ich sagen. Na 2 Minuten. Design ist schon, drog, glänzend und schuf nichts mehr zu tun. Ja, das war meine kleine, kleine Präsentation für dieses Produkt für Silver Art Pasta. Ich habe 12 Kleuren in Assortiment. Mehr können Sie suchen auf Internet auf site Cornelia.nl oder ProofNails.nl. Und bis zum nächsten Mal. Danke für's Zuschauen. Und danke für die Haare. Danke fürs Zuschauen! Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020